Ihr wundert euch vielleicht, dass ich bei fast 30 Grad hier langarmlich bin. Das liegt an den Stechmücken. Ich habe schon überall Stiche. Boah, total. Boah, Wolkenbuch, so 20 vor 8. Du scheiße, es hagelt das jetzt? Entscheidung? Planung? Auswanderung? Hagelt das? Scheiße, es hagelt. Scheiße, es hagelt sogar. Scheiße. Der Hagel ist unter. Oi, 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 oi. Bitte? Nö, geht so. Eigentlich wollte ich den starken Regen filmen, dass dann hier Hagel raus wird. Gar nicht so geplant. Was für ein Tag, heute Morgen Panne und jetzt gibt es die wörtlichen Wahnsinns-Tage-Komme. Schütten, schützen wir wenigstens mal die Scheibe. Schütten, schützen wir wenigstens mal die Scheibe. Oh! Wow! Wow! Oh! 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 Allai! Neulandsack Neulandsack Die Scheiße Die Scheiße Keine Regen tun Kannst du mal dein Handy holen und filmen Mit allem haben wir jetzt gerechnet Aber mit dem jetzt wird Du Scheiße Herr Hinscher, da hat die Scheiße Ja, genau Du Scheiße Wenn die Wienzuscheibe kaputt ist Dann haben wir die Ausschattung Wurde sie mal zurück, wenn sie aufgucken Ja Du Scheiße Du Scheiße Du Scheiße Und Hagel ist rum Mamma mia Ich hab grad gesagt Hagel ist rum Ich hab grad gesagt Hagel ist rum Du bist so klein, aber trotzdem So sieht ein begossener Pudel aus, glaub ich Begossener Pudel Und Latsch Boah ey Boah ey Ich hab die Wienzusche gespart heute Ja Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Wasser drückt sich überall rein Na ja super Jetzt gucken wir Jetzt gucken wir ob die Scheibe ganz geblieben ist Ja Scheibe ist ganz geblieben Gut das hat man davon Wenn man so eine Hexe da als Gag reinsetzt Mit Dickern Selbst unsere Unsere Lady ist umgekippt So So Da tropfts in dem Raum Da rinnts raus Da rinnts raus Da rinnts raus Da Da Und da Okay Das ist toll So wir sorgen jetzt für eine gewisse Entspannung bei Richard und seinem Opa Ja Hast du ihn gerufen Ja sehr gut Hast du Super So Ja wir müssen Translator machen Sia Richard Hi Hallo Moment nochmal Mein Name Mama Gert 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 Am Haus der Mutter ist der Garten noch geöffnet Auch hier ist alles ausverkauft Hallo Gert 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 Gehen wir mal rüber zum Alten Komm Gehen wir mal zu Opa Komm Oma Ja ja Scheiße Bossa Bossa Ja Bossa Jona Botsch Jona Botsch Jona Botsch Das ist Jona Jona Botsch Ja das ist scheiße Hallo! So erst mal und so. Hallo! Boss Meg! Boss Meg! Ja! Nein! Boss Meg! Boss Meg! Ja, okay. Alles kaputt! Aber nicht wie schön war es. Und jetzt nicht. Minden össetört. Minden össetört. Minden össetört. Igen, igen. Minden össetört. Ja, ja. Alles ist kaputt. Minden össetört. Krümpli, krümpli auch. Ja, ja. Die waren schon höher. Meine waren ja nur so. Ja, ja, ja. Scheiße. Guck mal, das ist okay. Ja, ja. Alles kaputt. Krumpli, oder? Krümpli, krümpli. Sölle! Ach so, ja, 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 ja. Moment nicht mehr. Ja, 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 ja. Ja. Schade. Katastrophe, Sölle, Katastrophe. Das sind die. Die. Ah, genau. Richard wollte etwas Süßes von mir das letzte Mal. Das ist ja. Das ist aber ungesund. Der, der kürzt. So schön sitzen. Der, der, der kürzt. Der, der, der kürzt. Der, der, der kürzt. Der kürzt. Der, 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 der kürzt. Ja, du musst jetzt sagen. Wirklich, ja, wirklich, wirklich. Wirklich. Ja, aufmachen. Na, aufmachen. Na, aufmachen. Na, aufmachen. Na, guck das Bild an. Nein, nein, Bild ist anders. Das Bild ist anders. Das Bild ist anders. Mach auf. Auspassen. Mássakép. So ein Auto hast du noch nie gesehen. Soha nem látott még ilyen Autót. Aber spezielles. Welche Marke? Meikmarker. Meikmarker. Ne, wir nicht gucken. Welches Auto? Jaguar. Ja, klar. Nein, nein, danke, danke, danke. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Setzt du dich hin. Sitzt richtig. Die Mücken sind scheiße. Ich auch munka. Ja, ja, ich weiß. Weg, alles kaputt. Weintrauben, Weintrauben. Scheiße. Die sind noch gar nicht so schlecht aus. Ja. Alle Weintrauben kaputt. Minden Sölöteröt. Minden Sölöteröt. Halt mal. Die Trauben sind kaputt. Sölöö. Paprika, Paradigion. Ja, ja, ja. Sölöteröt. Ja, ja, ja. Tomaten, die machen das nicht gern mit. Minden, Minden. Ja, doch da hinten, da hinten macht die Tomaten und die Paprika, hat er zu mir gesagt. Ah je. Ja, ja, genau. So viel Arbeit. So viel Arbeit. Du schocker. Du schocker. Gut? Ja. Ja, gut. Du kannst aber hinsetzen, Schatz. Aber ich will wirklich nicht sitzen. Und du sitzen? Nein, nein, nein. Nicht sitzen. Palatschinken. Nein, nein, nein. Auch nicht. Danke. Palatschinken ist. Das kenne ich auch. Das ist was für dich. Ja, das kannst du essen. Du? Ich nicht, Schatz. Du ja. Warum nicht? Palatschinken. Du schülle. Du schülle. Übergewicht. Du schülle. Du schülle. Ist das einfach nicht? Nein, nein, nein. Bitte nichts machen. Kierlek, ne csinálj semmit. Gere, ehrlich. Nein, 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 gar nicht. Mama, hallo. Na, hütt? Hey. Hm. Szerda, cütörtön. Moment, 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 Moment. Guck mal. Bitte. Jöwe heten. Jöwe heten. Enigujashida mama. Nächste Woche gibt es hier Gulasch. Mama. Ja. Wir sind nicht da nächste Woche. Wir sind am Montag wieder weg. Het fönwissakalmenni. Moment. Bitte. Wann kommst du? Ja. Am 20. rum oder so. Das ist heute... Ne. So, am 20. rum, also nach dem 20. Juni. Ne, 20. Juni. Nach dem 20. Juni wieder. Högel. Június 20. után, ismét. Akkor igen. Akkor huha? Nem. 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 Nein, nein. Euhm... ...Wasarnap, oder? ...Wasarnap oder wasarnap essen? ...Guyás? ...Holnap? ...Wasarnap, dann? Noch einmal ein Wund. Ich würde es nicht sagen, was sie пох lavoro werden. Wasarnap. Dann. Dann. Okay. Mama! ...Wild anziszt, doch... Mama. Wir sind sie. Mama, Mama, Sonntag. Das ist Sonntag. Am Sonntag sind wir da? Nein. Wasernag ist auch da. Am Sonntag sind wir da, aber... Aber dann haben wir Hausverzichtung. De wasernag ist auch da. Nein, nein, nein. Das falsch. Am Montag fahren wir. Jetzt, das war richtig. Aber nichts machen. Ja, Moment. Mama, was ist denn? Mama, du kommst am Sonntag hierher, um Gulasch zu essen. Ja, yes. Ja, aber dann bringen wir auch was mit. Ja. Na, guck. Jetzt können wir nicht Nein sagen. Most mer nem und hat ungenemet. Ja, thank you. Ja, was denn? Danke so much. Ja, warum denn? Nein, das ist kein Problem. Aber... Genau, setz dich hin. Ja, hier. Ja, da, 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 da. Nein, 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 nein. Alles kaputt. Mama, Gitas, jó autó. Perfect. Ja, klar, besonders. Ja, ich lade, ich lade, ich lade, ich lade. Ein besonderser autó. EG KÜLÖNLEGES AUTÓ. Ja, különleges. Für ein besonderen jung. Ja, nincs mindehon. Gyere. EGY KÜLÖNLEGES FIJÚNAK. EGY KÜLÖNLEGES FIJÚNAK. EGY KÜLÖNLEGES FIJÚNAK. Hallott, egy különleges. Ne uszkodti mindig így, tedd el. Hadd lássa, aka. Na. Örüls. Örüls. De most ne szergjedszélje őket. Ja. For the A. For the A. Lassan la. Lassan la. Jól van a T. EGY KÜLÖNLEGES FIJÚNAK. Geht's noch lauter? LÄHET HANGOSHAB. EGY KÜLÖNLEGES FIJÚNAK. Ne, nicht lauter. EGY KÜLÖNLEGES FIJÚNAK. Bist du immer ein braver Junge? Nein. EGY KÜLÖNAK. EGY KÜLÖNAK. Das war ein braver Junge. MINKY KÜLÖNAK. JAISzer. Ja, 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 jo, ja, jo. Musst ja nicht als Verselung haben. Beim letzten Mal wollte er nämlich eine süßigkeit haben. Das machte extra laut. Ist das für dich? Múltkor ädességet hat. Genau. Von, von, nek. So. Nem kell, nek. Ja. Hoze, nekik. Nem zurgabat kerni. Marad cilferi. Da dachten wir, so ein Auto ist gesünder wie süßigkeit. Da. Von Chokid. Palacinta. We haven't touched it, so we thought it was a better car than the other. So. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Igen. Du darfst nie so dick werden wie ich. Soha nem szabad meghízni, mint én. Ja. Ja. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Das war. Hör, ristikken, wo feminist? Das kostet? Marad szépen, Eliddi Liss! Odanész! Récsi! Köszön meg! Köszönöm szépen! Most elmegyünk, elmelek Haza József utcába. Tschüss! Kirol! Tschüss! Kirol! 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 So ging es am Sonntag zum Gulaschessen. Dort trafen wir unter anderem auf Kalin. Die hat seit 20 Jahren in der Nähe ein Haus, kommt aus Bayern und hatte viele interessante Informationen. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts, es bleibt spannend. Tschüss! Kirol! Iuß! tanks Kirol! KT Mений Ut! Bis zum nächsten Mal.